Herzlich Willkommen zu unserem neuen Strandausflug Oh ja, da unten, die wollten wir jetzt erkunden Ja So, wie kommt man das runter ohne zu sterben? Ich schub's die einfach mal runter Geht nicht Ähm Da unten ist es glaube ich ein bisschen flacher Ach, ich probier's jetzt Nein, ich trau mich nicht Ich will nicht sterben, ich hab keinen Bock Das sind Pilze gewesen, hab ich noch mal gegessen Öhö Lissot, Lissot Kann carry Brauchen wir eigentlich, die Hasen haben wir ja jetzt Komplett, glaube ich, die wir brauchen Hier ist so ein kleiner Abhang, den benutze ich So Oh, das Lissot Oh, Alter, Alter, ich bin fast tot Ja, darum war ich da ein bisschen vorsichtig Ja, aber ich bin noch eh mit dem Abhang da Alter, ich muss bis essen, sonst bin ich tot Okay, okay Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig Ähm, Essen Tja, hast du, ich hab's Mit Essen bekommt man, mit Essen bekommt man Leben wieder, oder? Jo Gut, dann baue ich mal schnell ein scheiß Feuer und Okay, was ist denn, was hat Warte Ach so, man kann nach oben gehen Hast du Sticks dabei? Zufälligerweise irgendwie so? Äh, ja, hab ich Ja, dann komm mal bitte schnell zu mir Bevor, das gucken wir uns dann zusammen an Das ist ein Mongo Na gut, wenn's deine Zuschauer sehen Muss ich da auch schon reingehen Was willst du bauen? Na gut Gut, dann geh ich halt jetzt wieder rein Ich nehme mal den Strick hier mit Ach so, das war ein Rob Aber was soll das sein? Da kannst du ja so irgendwie so Yay In den Wasserrutschen, oder wie? Ja, ich verstehe auch nicht grad, was das für ein Was ist das? Ach, Farbe Ist bei dir da auch ein Farbwissen? Ja Alter Du bist komplett rot Ja, du auch Ist das jetzt Blut oder Farbe? Das ist, glaube ich, ein Eimer Farbe orange gewesen Und was bringt das jetzt? Wow, alter Ja, komm, jetzt bauen wir erst mal Hau da bitte mal ein paar Sticks rein Damit ich mir hier was zum Futter machen kann, schnell Ja Wäre ich dir dankbar Vor die Eingeworhenen kommen Wollen wir bei jedem Einzelnen reinschauen? Jo, wissen nicht Da finden wir bestimmt was Cooles So wie den Eimer Seh Müsst du auch was futtern? Nö Ich hab giftige Beeren vorhin gegessen Ah, okay Ich weiß nicht, ob die Langzeitwirkung hat Der macht halt mal kurz so Aber man bekommt trotzdem Gesundheit dazu Und der Magen füllt sich Ah ja, ich weiß es nicht Ich frag mich halt jetzt Weil wir jetzt so rot sind Ob wir dann jetzt immer noch angegriffen werden Oder ob die denken Ah, das sind unsere Kumpanen Das kann sein Weil irgendeinen Sinn muss die Farbe ja haben, oder? Oder Blut, was weiß ich, was du willst Ja, ich weiß, was du meinst Alter, das dauert ewig Wie krieg ich wieder volles Leben Hast du Medizin dabei? Oh, ja Ich bin doof Sag nichts Ich würde eigentlich gerne einen Schluck trinken Aber das geht echt Erst wenn es ganz unten ist, ne? Trinken Also nur aus der komischen Flasche Komm, fangen wir da hinten an Oder wollen wir erst da hinten anfangen? Da ist einer Hinter dir Was? Wo? Da? Läuft er da? Ach, jetzt seh ich ihn, ja Zwei Komm, hier sind wir fertig, Mann Dann schmeiß ich ihn schnell ins Feuer Und dann Ich wäre dafür, dass wir schon die zwei Häuser da vorne an Greift der uns jetzt an? Ich weiß es nicht Wenn wir hingehen? Mach, 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 mach gar nichts Mach mal nichts Wie ist er da gerade rumgebetet? Ich weiß es nicht Hast du es auch gesehen? Ja, schauen wir mal, was der macht Okay, die rote Farbe hat doch irgendeinen Sinn Aber ich webe die uns gerade an Aber wie? Hörst du das auch? Was passiert jetzt, wenn wir mal auf die draufdreschen? Ja, aber nicht draufdreschen, nur mal vorbeigehen Schau mal, ob die uns angreifen Die haben wohl irgendwie, keine Ahnung, Schiss vor uns? Die greifen es echt nicht an, wenn wir vorweg sind Da liegt ein Hai Achtung, da kommt es wieder Da liegen ein Hauptmeister Koffer Da liegt ein Ach, ich kann keinen Circuit-Bord noch mitnehmen Ich schon Und eine Medizin, sehr schön Was? Wo ist Medizin? Ich habe es aufgenommen Ja, dann greifen wir die nicht an, oder? Wenn die uns nicht angreifen Nö, dann Wir brauchen jetzt, glaube ich Brauchen wir auch noch Naja, wurscht Das ist ein Tennisball Cash Hier ist nix Okay Man soll vielleicht nicht rauslaufen Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht durchs Wasser durchlaufen Nichts, dass die Farbe noch mehr geht Platsch Da kommt noch einer Oder sind das die einen? Da ist noch einer, ja Das ist interessant Ja, aber wie lange bleibt die Farbe jetzt? Wenn wir Bis wir ins Wasser gehen, oder wie? Weil jetzt wird es auch dunkel Ne? Ich wollte nur mal so gesagt haben Im Dunkeln sehen sie die Farbe ja nicht mehr an Kräfen zu landen Naja Ja, wir probieren was einfach mal aus, oder? Weil das sind jetzt die Kannibalen Nicht, dass Oh, ein Snickers, sehr schön Nicht, dass die Großen uns trotzdem angreifen Da habe ich jetzt ein bisschen Schiss Weil das gibt es ja irgendwie so einzelne Stufen Ja, das Da müssen wir auch hier Jetzt können wir es rausfinden Alter, das ist voll gruselig Wenn du direkt neben dem bist Und Voll laut Voll laut Neben dir Noch mehr Stoff Das ist echt geil Stoff ist echt gut Ich habe die ganze Zeit trotzdem Angst, dass die uns angreifen So plötzlich Das ist ja nichts Weil wir dann nicht mehr die Farbe offenbar nicht mehr dran haben Wo bist du? Wo ist bei dir schnacht das noch im Koffer? Da, immer wenn sie so komisch haben Hehehehe Kein, ja Da denke ich immer die sind jetzt auf den Angriffsmarsch Boah Beide voll Angst Weil jetzt ist doch Sehr finster, ne? Vielleicht sollten wir uns da oben irgendwie verschanzen Das betet ihr wieder Kann keine Medizin mitnehmen? Ja, ich auch nicht Voll komisch Fünf Dinge nur Ja, ist auch Man kann fünf so fette Steine mit Schlepper Aber nur fünf so kleine Medizin Schächtig Alter Alter Holy fuck Alter Bitte Farbe Bleib einfach dran Steht, alter Alter Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Und jetzt schreiben die auch noch Aber warum rennst du so schnell weg? Blöder Sack Lass mich einfach allein Wenn du spaßt Ja, wenn du dich ganz weit wegdrehst Ja, wollen wir nicht da rein Du läufst grad bei allen Dingern vorbei Da waren wir doch schon drin Echt? Da hinten, da waren wir noch nicht drin Darum lauf ich ja da hinten Echt? Das ist grad echt Wir wandeln So Äh Snack Oh, alter Snack collect Snack collect Cash Snack Cash Alter Guck dir hinter dir Oh fuck I don't Jetzt hab ich zu viel Snacks Das kann ich gar Ich bin aber auch ranzat Äh, ranzat Randvoll Ich brauch paar Snacks Warte, ich werf da mal Soll ich mal Nein, nicht auf die werfen Vielleicht greifen Weil wenn wir die angreifen Vielleicht greifen die uns dann an Darauf hab ich Ich grad keinen Bock Jo Alter Schock mich halt nicht so Das ist vor allem so ein großer Ne So, ich nehme jetzt einfach die Zwei Mach ich erstmal nochmal zwei Ich geh einfach mal sicher Jetzt halbe Hier mal oben Soll ich mal ne Flair oder so werfen Weil ich hab gelesen Dass sie vor Der Flair Angst haben Vielleicht hauen sie dann ab Oder wir hauen ne Flair da oben rein Geh mal rein Ja Ja Ist klar Die haben Angst vor ne Flair Ja Die Flair sieht aber irgendwie gar nicht so toll aus Ne Von mir hört sich nicht Du zündest sie nicht an nichts Die hast einfach ne Hand und dann brennt sie plötzlich Und wenn du es wie in den Inventar Geh mal zu Mann Äh, ich bin grad im Inventar Entschuldigung Kann die hier hoch Ne oder Sollen wir hier oben bleiben Du hast keine Farbe mehr Oder Du, doch du hast noch ne Farbe Ich bin bei dir grad nicht so sicher Ob du ne Farbe hast Ja guck aufs Gesicht Weil da ist so ein Streifen Wenn dann, in den Augen ist dann so ein Streifen Ne Doch, doch ich hab noch Farbe Wenn ich auf mein Bein guck Da seh ich noch orange überall Okay, passt Ne, weil Bei dir weiß ich's halt nicht so richtig Oh mein Gott, ich verdurste Inventory Ich kann nicht mehr trinken, Mann Ist Oder ist das Ding leer Oder was ist das Was machst du Ja, ich kann das nur Equip Oder Tu halt mal rechtsklick drauf machen Komm Ja, und dann ist kombinieren Dann stürzt es in die Mitte Ja, dann ist es leer Da steht auch da MT dann Wie bei mir Scheiß, die ist auch ne Ja, ich trink's und so Oder Ding Scheiß drauf Hä, wie ist jetzt mein Topf leer Ich wohne, ich dachte ich hab voll aufgeflückt gehabt Ich auch Also Kann sein, dass es irgendwie wieder ein Bug ist Ist die noch irgendwo Farbe Geh mal in das nächste Ding rein Ja, warte, ich kann mal Sind die weg? Ne, nicht ganz Ich geh trotzdem mal runter Wenn die mich jetzt angreifen würden Irgendwie schlachen Okay Alter, da hinten sind Alter, da hinten sind nochmal drei Vier Alter Lass mich bitte rein Ja, trotzdem bin ich da Huch Das ist mir zu gruselig Das sind einfach so viele Telefon auf dem Weg geht die Farbe Dann wären wir jetzt so am Arsch Aber hier kommen sie vielleicht sogar rein Weil hier ist es echt nicht tief Ne, wenn ich hier so guck Ja Ja, guck Ich guck jetzt mal in seinem Kopf Ich glaub die werden irre Wieso greifen die jetzt nicht an Sind wir so Aber sowas wie heilig Ach Sowas wie heilig Oder so Oder orange Vielleicht so die Farbe Weil wir sind keine von denen Das ist ja klar Sonst würden die uns ja einfach Einfach ignorieren So in der Art Aber die Wollen uns ja die ganze Zeit Angreifen machen Das aber dann doch nicht Und dann beten die uns an Knien sie vor uns hin Ja, das sind grad Eins, zwei, drei, vier Oh fuck Fünf, sechs, sieben Alter, wollen wir Dort oben irgendwie bleiben über Nacht Oh Gott Ja, das wäre halt echt jetzt fatal Wenn die Farbe von mir weg Ja, eben Nicht ins Wasser Geh nicht in die Nähe vom Wasser Alter, guck schon hier Nein, eins, zwei, drei Ne, wot Wollen wir nach oben gehen Zu unserem Lager Und schlafen Oh nein Alter, das ist echt pervers Scheiß mal Oh Alter, das wird Das wird mein Thumbnail, Alter Oh fuck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acht alleine hier Und da hinten laufen sie auch noch Ne Leck mich, ja Marisch Ich hatte die ganze Angst Dass sie uns trotzdem noch angreifen Weil die laufen immer so krass Die umkreisen mich grad voll Ja, die wollen uns die ganze Zeit angreifen Die laufen auch die ganze Zeit so Deswegen drehe ich mich auch teilweise Voll oft um Alter Aber ja, nicht angreifen Ich guck mich grad noch ein bisschen um Ob hier hinter den Steinen irgendwas liegt Plötzlich so eine Welle Farbe abgewaschen Alter, das ist echt Ich mag aber auch nicht zu Aber ich hab Angst, dass die uns dann erkennen Komm her, du Ja, ich wär jetzt dafür, dass wir zu unserem Ding da hochgehen Wieder Ja, so langsam, komm Und dann können wir schlafen Aber nicht, dass uns irgendwas Fettes Mich würd's interessieren, ob die fetten Ne Also wirklich das fette Ding, was wir letztens zum Beispiel gesehen haben Ja Ähm Ob das uns Auch nicht angreifen will Ob wir jetzt wirklich safe sind Dass uns kein Mensch angreift Glaubst du, wenn wir jetzt dieses Toten da kaputt machen Nein, mach's nicht Probier's nicht Oh, Bären Bären, wo? Ah, Bären, ne? Ach, Alter Ah, eh nicht mal essbar Ja, blaue sind immer essbar Ähm, ich hab da überhaupt keine Farbe gesehen, glaub ich Boah Alter Alter, wie viele Oh, oh Ich seh Wasser Da unten leuchtet auch einer Nicht in dieses Wasser kommen Alter, ich hab's Ich hab's so Angst Dass ich jetzt hier abrutsche und ins Wasser rutsche oder so Oh, das ist, das macht mich wahnsinnig Oh, nochmal Bären zu messen Ich laue Aber ich bin eigentlich voll Ja, man kann leider nicht auf Vorrat essen Also, man kann sich nicht dick und fett fressen Schade eigentlich Ah Na, ich ess einfach mal Kann ja nicht schaden Ich nicht Is halt Meine Güte, meine Güte Stell dir vor, wir hätten jetzt nicht die Farbe gefunden Und wir wären da unten gewesen Das wär's scheiße gewesen Ich speicher mal Super Mitten zwischen den ganzen Typen speichern JZ, oder? Ja Und hoffen, dass es gut geht Alter, stell dir vor, jetzt ist die Farbe weg Am nächsten Morgen Die sind alle noch da Das wär's doch Die Musik Hast du geschlafen? Nein Ich hab Z gedrückt gehabt Ich auch Das Hast du die Musik auch gehört? Ja Dieses Vielleicht können wir nicht Vielleicht können wir nicht schlafen, wenn zu viele um uns rum sind Komm, noch ein Versuch Komm, Z Eins Zwei Oh, das hat funktioniert Bist du noch voll Farbe? Ja, du bist noch voll Farbe Das Ja Du auch Das ist geil So könnte man in eine Höhle gehen eigentlich Und hoffen, dass man nichts wasser muss Ja Wollen wir eigentlich weiter survivalen oder wollen wir weiter bauen? Bin mir gar nicht sicher Ja Ja, wir wollten jetzt Eigentlich mal die Eine Höhle, wo wir letzte Folge gefunden haben Ja, genau Also die Dinger, die haben wir uns schon angeguckt, aber nur Farbe, ne? Mehr war da gar nicht Die Farbe ist aber geil Schade, dass wir den ganzen Kübeln nicht mitnehmen können Oh, da ist ja die Höhle Hä? Wie ist das so ein Loch? Ich geh da lieber nicht rein Sonst komm ich nicht mehr raus Okay Das Ist irgendwie komisch Die Höhle, die war ja da hinten bei den ganzen Zelten Zeller Müssten wieder da rüber gehen irgendwie Dann das Stay No Nein, der Flüschüttel hier Die weiß, die kann man nicht essen Weil ich hab mir halt gedacht Warte, ich tu mal meinen Topf schnell auffüllen Wir wollten es eigentlich zurückbringen erst mal Aber ich hab gesagt, weil wir das doch das ganze Fleisch dabei haben Ja Vielleicht lieber doch mitnehmen in die Höhle und Wieso kann ich da jetzt nicht Weapons, Tools Oh mein Gott Man bräuchte zwei Rabbit Skins Um Ne Bären Äh, Ding zu Ja Aber das Rabbit ist mir jetzt zu kostbar Ja Fürs Bett Hä? Wo ist meine Waffe wieder? Ich will nicht ins Wasser gehen Ich versuch's ja Gut, gut, gut Ähm, wo war denn der Übergang? Ach, da hinten Überall wasser, meine Fresse Wie schaut's eigentlich mit Fisch und so aus? Okay, ich könnte ein bisschen mitnehmen, aber ich... Ja, das mach ich dann, wenn die Farbe weg ist Ich nicht, aber... Ich glaub, ne, ich hab auch keine mehr Aber ich will auch grad mich fischen, weil ich hab Angst, dass ich drin ins Wasser kommt Also ich hab jetzt genug, äh, Fleisch und so Ja, Fleisch hab ich auch gut Also können wir dann ruhig jetzt mal in die Höhle gehen und ein bisschen erkunden Oh Gott Oh Gott, was ist das? Siehst du auch? Also das ist ein richtiger Mutant, Mann Mit Tentakel Jetzt wär's interessant, ob die uns angreifen Wir haben grad gespeichert, oder? Ja Komm, schauen wir, ob die uns angreifen Komm, das risken wir jetzt, komm Alter, das ist ein Verfehler Hä? Wo ist der hin? Der Mutant Ach da Bei mir ist das noch... Ich schleich lieber mal Noch sehen sie mich nicht Noch... Ich glaub, jetzt haben sie mich gesehen Ich weiß nicht, die sind beruhig Oh Gott, das sind ja viele Oh oh Ach, das sind die von heute Nacht Ja Pass auf Bist du noch voll Farbe? Ja, du bist noch voll Farbe Ich mag mir aber den Großen mal anschauen, der interessiert mich Alter, wie ist das nicht so viele wieder? Ich will nur mal ganz schnell gucken, ob die uns angreifen Nee, ich schau Der Große Der Große Oh, ich bin tot Ernsthaft? Ja Bist du auch tot? Nein Der Große ist aber noch bei dir Der schlägt immer noch auf dich ein Alter, ich hatte voll Leben, ne? Und ein bisschen Rüstung Scheiße, die greifen mich an Die greifen mich an Geh ins Wasser Nein Hast du das nicht gesehen, dass der voll auf dich zuläuft? Doch, aber ich hab gedacht Vielleicht die anderen rennen ja auch die ganze Zeit auf mich zu Ich hab einfach nicht reagiert Ja, du müsstest mich, ich weiß nicht, ich backe irgendwie grad hier die ganze Zeit voll rum Ich bin die ganze Zeit irgendwo anders Werde ich drum geschoben oder so? Ja Der fette Typ, der haut noch auf dich drauf Immer noch? Ja, und die ganzen kleinen Ich glaub, wir müssen neu laden Ja, und dann greif mich jetzt nicht an Ich versuch's einfach mal Okay, jetzt hab ich auch fast kein Leben mehr Also ich bin jetzt bei der Ein bisschen über die Hälfte vom Tod her Ih, meine Hand ist voll verkrüppelt irgendwie Ich versuch's mal mit ner Flair Ja, voll auf meine Leiche Und dann versuch direkt dorthin zu rennen oder so Ganz viele Flares oder keine Ahnung Feuer, was, was, was auch immer Ich hab nicht mehr lang, ich hab nicht mehr lang Äh, warte, ich versuch's mit meinem Upgraded Stick Ich bin gleich down, ich bin gleich weg Wieso schlägt der immer noch auf mich ein? Was ist denn das für ein Scheiß? Versuch's mal mit ner Facke Ich bin Nur noch ganz wenig vorm Schädel Wo bist du hin? Äh, ich werde hochgeschleudert Ich bin irgendwie in der Luft Zack, jetzt bin ich unten Gleich hab ich's, gleich hab ich's Ja, Mann Weglaufen, weglaufen Weglaufen Der Mutant, der schlägt wieder rum Ich hab null Leben und null Ding Ich hab, scheiße Kurz vorm Wasser, Alter Es ist wirklich Ja, ich bin aber gerannt Aber ich bin kurz vorm Wasser nochmal Wenn du's jetzt vielleicht irgendwie Mit Medizin nimmst oder so Aber es beginnt wieder von vorn Das ist das Gute Du hast nochmal ein bisschen länger Zeit Ich war direkt am Wasser Da hab ich nächste Sehr schön Lauf Ich versuch gerade zu laufen Ah, ich bin im Wasser Wo bist du? Ich bin am Strand Wie hast du das eigentlich immer geschafft? Der war doch immer direkt neben mir, oder? Ja Aber die Kleinen haben mich jetzt nicht angegriffen Aber ich bin im Wasser Wahrscheinlich ist meine Farbe weg Warst du auch im Wasser? Nee Nein, ich nicht Ich hab noch die Farbe Hab ich noch die Farbe? Nee, ich hab meine Farbe ist weg Nee, hast du nicht Was? Ich bin wieder tot, glaube ich Ich kann mich nicht bewegen Wieso bin ich jetzt schon wieder tot? Du bist schon wieder tot Ja, Mann Komm Kann ich dich im Wasser wiederbeleben? Ja, ich denke schon Aber du verlierst halt auch deine Farbe da Ja Ah ja Ist weg Ey, wieso bist du jetzt dort? Ja, weil ich rausgeschleudert wurde Geh Oh, Gott sei Dank Ich mach jetzt mal Alter, wie viele lag der? Guck mal, wo die überall hinlaufen? Alter, auf anderen innen der Strand Überall Und das ist am Tag, ne? Krass Alter, wie viele das sind? Das sind 10 oder noch mehr? Überall Überall 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ich hab circa 11 gezählt Mit dem großen 12 wahrscheinlich Ah, Gott Den großen sehe ich jetzt gar nicht mehr Okay, also merkt ihr die Farbe Falls ich mir nochmal irgendwann mal so eine Farbe finden sollten Hilft nix gegen große Nur gegen die kleinen Scheißviecher Ich muss mir erst mal einen Medic nehmen Ey, aber ein Wunder, dass du nicht weggelaufen bist, Mann Der ist voll auf dich zugelaufen Voll aggro Ich wollte es halt mal riskieren Jetzt wissen wir es Es klappt nicht Es war aber auch sehr knapp jetzt mit Twitter-Beleben Ja Das brauch ich nicht nochmal Hey, aber wir sind nicht Also so direkt sind wir noch nicht richtig gestorben, ne? Ja Ja, zum Glück Das wäre Ich dachte es ist aber jetzt so weit, ne? Scheiße, ich kann nicht an Land Ich muss Weil sonst kann ich mein Inventar nicht Aber sobald ich Land erreiche Schlagen die einmal und ich bin tot Warte ich längst ab Und dann kannst du deine Warte das so klein ist Oder ist hier irgendwo eine Insel oder so? Ja, das hier ist glaube ich eine Insel, glaube ich Oder ne, gut, Insel Aber da haben wir kurze Zeit mal Schnell Ja, verteidige mich mal schnell Ich gehe schnell ins Inventar Und Alter Loll Hä, die schlagen sich gerade gegenseitig So, ich habe Medic wieder Inventar Meine Weapon Jawohl, jetzt bin ich wieder voll dabei, Mann Es ist eigentlich schon Folgenende, nur mal so gesagt Ja, siehst du aber gerade ziemlich Shit Die müssen wir fertig machen, die da jetzt Da bin ich auch mal was getan Guck, die anderen zwei, die hauen ab Gut, dann direkt, ähm Verabschieden, oder? Ach, verdammt Ja, wir sind aber gerade voll in Überlänge Wir müssen direkt hier fast einen Cut machen Uhhh Tolle Fotze Hä, ich hab dich voll erwischt Was mich für scheiße da noch alles Hier Oh, schütz So Ähm Jetzt müssen wir ganz halt Medizin nehmen Wir sind gerade echt in Überlänge, komm Ja, nein, Überlänge haben wir noch nicht Na gut, doch Überlänge Doch, 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 doch Okay, dann sagen wir mal, danke fürs Zuschauen Ja, und Und Gleich geht's weiter Ciao